Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah, die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert aus und wollte sich selbst erwürgen, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Apostelgeschichte 16, Vers 27 Eine Kurzschlusshandlung nennen wir heute so etwas. Und das bei diesem Kerkermeister, die es ihm wichtig tue. Da werden ihm am Abend die beiden Apostel Paulus und Silas übergeben mit dem Befehl, er solle sie wohl verwahren. Nun tut er gleich ein Übriges. Er wirft die beiden in das finsterste Kerkerloch und denkt sich noch einige besondere Schikanen aus. In der Nacht aber geschieht ein Erdbeben, direkt aus Gottes Hand, ein gezieltes Erdbeben. Die Stadt bleibt erhalten, aber die Gefängnistüren springen auf. Der Kerkermeister sieht das. Er denkt, jetzt sind die Gefangenen weggelaufen. Das kostet mich die Stelle, vielleicht sogar den Kopf. Ihm brennt sozusagen eine Sicherung im Gehirn durch und es kommt zu der Kurzschlusshandlung. Wir kennen solche Kurzschlusshandlungen. Da läuft ein Junge aus dem Elternhaus weg. Da macht ein friedlicher Mann auf einmal Krach. Da genug. Wir wollen lieber fragen, wie kann man sich vor solchem Unheil retten? Im Psalmbuch berichtet ein Mann, wie er entdeckt, dass es den Gottlosen so gut geht und dass die Kinder Gottes viel leiden. Ist denn mein Glaube Unsinn? Ist Gott ungerecht? Oder kümmert er sich um nichts? Die Sicherung ist nahe am Durchbrennen. Aber da, so erzählt er, ging ich ins Heiligtum. Er ging in die Stille vor Gott. Er sprach mit ihm. Dabei wurde das Herz still und der Kopf klar. Er war gerettet. Herr, lass uns in den Krisenstunden den Weg zu dir finden. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.